Heute war der erste richtig warme Frühlingstag für meine Elementesammlung. Wollen wir mal schauen, ob das Cesium geschmolzen ist. Ne, das ist Proben. Das Rubidium ist definitiv nicht geschmolzen. Es schmilzt ja auch erst bei 38 Grad. Und das Cesium ist geschmolzen. Tja, bei YouTube haben einige Leute geschrieben, ich soll die Ampulle mal fallen lassen. Mache ich lieber nicht, 100 Euro kostet der Spaß, 1 Gramm Cesium. Und der Knalleffekt dauert auch bloß eine Zehntel Sekunde. Aber sieht doch mal wieder schön aus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.